und Joko so zu einer neuen Folge des Waren da kann man nicht ach so gut ich habe keine Ahnung was hier irgendwas vielleicht macht nicht hoch viel glücklich hatte hinsichtlicherweise scheinen die nicht böse zu sein das scheint man hier durchlaufen zu müssen ja ich kenne die Welt noch gar nicht daher ich davon ausgeht dass ich auf eine Menge fallen reinfallen werde da die Netze nicht in Ruhe lässt ich bin gerade etwas konzentriert gerade nicht so viel ich bin konzentriert darauf zu gewinnen ja irgendwie ist es hier so ein richtiger bis zu Taisons Salat wir hängen einfach alle ineinander und jetzt schlagen wir uns auch noch wie lustig irgendwie wow was war das denn War das eine Falle? Aber hier war noch gar niemand. Äh, I will get an the same what's at what. Na gut. Ah, Bea, diese Runde ist jetzt zu Ende, also bis zur nächsten Runde. Und schon haben die Combines gewonnen. Da gratulieren sie sich noch, indem sie sich ein paar Mal gegenseitig schlagen. Ich habe mich auch gar nicht so gut verletzt. Was ist denn da los? Man, wie dumm. Lass doch nicht so aussehen, ob man lang gehen könnte. Smoke weed everyday. Ist da jetzt irgendeine Falle möglich, frage ich mich mal einfach mal. Das hier ist also die Falle hier. Da erinnert mich in so eine andere Map. Die kam auch schon ein Land. Okay, offensichtlicherweise war die Falle für dort jetzt schon aktiviert. Nein! Leute, wer von euch traut sich... Skelett, du bist so verrückend tot. Ich gehe einfach mal nicht an, ich gehe davon aus, dass ich das schaffe. Scheiße. Man, das sind voll die schwierigen... voll die schwierigen Sprünge. Ich denke mal... Ja, ich denke mal, das war es jetzt mit dieser Folge. Das war... Was ich jetzt so ungefähr alle zwei Tage hochladen will. Genau, wie so abwechselnd mit TTT und aus dem immer noch anderes Zeug. Auf jeden Fall, obwohl jetzt auf jeden Fall diese Woche noch. Danach sind die Ferien leider zu Ende. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das in Zukunft immer machen werde. Das ist ja eine Portal, das ist ja auch bald durch, wahrscheinlich. Naja. Aber wie gesagt, diese Folge ist jetzt zu Ende. Also nicht in den Namen, wenn ich mich in den Nachschreiben und bis zum nächsten Video.